Genau! Na, du musst die halt langsam beschleunigen. Ach, da müssen wir sich halt erwürgen. Ich find den Bartfanne lustig unter der Sturmhaube, oder? Ja. Die Rotzbremse hängt da genau raus. Hallo! Oh, hier ist der Rest! Oh, hier ist der Rest! Läuft da hinten am Feld an der Mauer. Wow, nicht schlecht. Ich glaub das war Scruffy. Gut getan! Da hab die Mine. Echt krass, von allen Sachen die sie uns abgenommen haben, haben sie uns das Funkgerät nicht weggenommen. Uh, zwei weitere Minen. Mondkalb sagt den Leuten mal, sie sollen das Thrust Room Calling bisschen optimieren. Bei Munikist ist es am nervigsten. Der Hubschrauber kommt. Gehen wir hier runter? Warten wir da auf den USA, ja keine Ahnung. Irgendwohin, ne? Irgendwohin muss man ja hin. Ich hab Autobahnen. Das ist so schön. Ich hab sogar zwei Bilder davon gemacht. Wunker, ich möchte aber auch, dass du... Ne, ich glaub den A7-Teil. Äh, reicht auf deine Map noch der A7-Teil, der aus diesen Betonblöcken ist? Nicht aus Asphalt, sondern aus diesen Fertigblöcken? Keine Ahnung, ich hab sie jetzt einfach alles Beton gemacht. Ich denke, die Karte wird ungefähr 4 zu 1 bis 5 zu 1 im Maßstab sein. Aber auch so weit nach Westen nun, dass da sogar noch der Flughafen Hornbostel drauf ist. Hab ich vorhin festgestellt. Ich höre was. Da müsste Hornbostel sein. Da müsste Hornbostel sein. Ich hab noch was. Nicht sicher. Jedenfalls westlich der A7. Irgendwas fährt da. Linken nach Wotnik. Leg mal ne Mine, ja? BTR. 90. Ah, da leg mich um, da leg mich um, da leg mich um! Geil! Die Mine hat ja sogar noch gewirkt. Das war mal ne getimete Mine. Der hat mich voll umlegen können. Ich glaub ich hab den Schützen erwischt, kann das sein? Es ist alles leer. Ähm, ich repariere. Einer ist hier vorne noch rausgesprungen. Ganz weit vorne, wo ich das erstmal drauf geschossen habe. Wie gut ist denn du? Die Goggles. 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 Oh, hier drin hab ich auch ne Karte. Kontakt! Da ist noch, die haben Raketenwerfer. Hatten Raketenwerfer. Target that land, I2, 1. Hä? Noch eine? Wer hat ein Pferd, was? Target that land, I1, 7. Zu spät. Ah, er ist noch rausgestiegen. Okay, dann würde ich sagen, parkt mal hier. Ihr geht vor, ich deck euch und schaut, was ihr da krallen könnt. Ich hab mal grad Soundleiser gemacht, ich hör euch in Teamspeak nämlich nicht mehr. Halt, stehen bleiben! Ich deck euch hier, ihr krallt mal da. Schaut, was ihr da kriegen könnt. Okay. Hm, Karten, wie neumodisch. Jo, nehm ich, nehm ich. Ha, der dachte, der hätte mich erwischen können von hinten. Ahaha. Der Zivi? Ab ihn mit mir. Ab ihn. Oder ist noch einer? Ja. Einer müsste da oben noch liegen. So, nehmen wir ein COM-Depot ein? Würde ich mal sagen. Den wir uns hier so grad, so, so, netten in BTR spendiert haben. Halt, warte, 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 warte. Ja, da ich sie sehen. Jetzt haben wir ihn. Hast du alle? Ja, zumindest war das noch ein Kopf, den ich da gesehen hatte, der sich bewegte. Sagt mal lieber, wenn er noch eine IDF-17 hätte. Okay, wir fahren. Go! Kleingartner ZU. Niner. Ja. Ah, fuck.